Ja, meine lieben Freunde, hier ist Robert Götz, Matuschewski, der Facilie-Manager hier im Deutschen Bundestag. Das ist mein kleiner Zweitkanal und es geht heute um die Afghanen, die abgeschoben worden sind. Ja, gut, okay, ja, da war ein Vergewaltiger dabei. Einer zum Beispiel hat Kinder vergewaltigt. Aber gute Nachricht, sein Anwalt hat schon angekündigt, wir holen ihn wieder zurück, ja. Jetzt hat die Blödzeitung berichtet, ja, Headline hier, ja, Insider von den Taliban berichten, ja, so geht es den abgeschobenen afghanischen Verbrechern im Knast in Afghanistan. Es geht ihnen gar nicht gut, ja, aus der Schlagzeile kann der Leser und die Leserinnen rauslesen, dass der Redakteur von der Blödzeitung ganz doll Mitleid hat mit den Verbrechern. Ja, weil im Winter erfrieren die da im Knast und es gibt wenig Wasser, also die Bedingungen sind außerordentlich schlecht, ja. Böse Zungen sagen, naja, wie sind denn die Bedingungen für ein Kind, was vergewaltigt worden ist, ein Leben lang? Machen wir uns darüber mal Gedanken, wer das jetzt mal eine Headline wert bei der Blödzeitung? Aber nein, 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 blicken wir nicht zurück, blicken wir nach vorne, ja, kümmern wir uns nicht um die Opfer, nein. Jetzt machen wir mal einen großen Artikel und kümmern uns um die Täter, ja. Ja, also Freunde, immerhin, wir haben jetzt eine, gab jetzt, ich sag jetzt mal wir von der Ampel, wir haben uns mal zusammengesetzt. Ich war da nicht dabei, aber es waren halt unsere, die Ampel. Und die haben jetzt überlegt, was können wir machen mit Migration, weil es geht ja nicht, dass die AfD so viel Stimmen kriegt, ja. Diese Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner, ja. Immerhin gesichert rechtsextrem, laut Hallenbang, ja, CDU-Politiker. Und den Höcke kann man auch einen Faschisten nennen, ja, laut Herrn Freisler, äh, laut dem Richter. So, und also jetzt hat die AfD immer mehr Stimmen, äh, jetzt müssen wir uns was überlegen, äh, jetzt müssen wir irgendwas machen, so eine Beruhigungspille, ja, so eine Pille, äh, ja. Und wir haben ja in Brandenburg Wahlen, da sieht das so aus, als könnte die AfD da auch Platz 1 sein, ja, vor der SPD. Was machen wir denn? Wir machen ein Migrationstreffen, ja, wir reden mal ordentlich drum rum, ja, und kommen danach mit keinen Ergebnissen. Ist auch passiert, ja, man ist rausgekommen und hat gesagt, ja, ist auch alles nicht so einfach, ja, also, eine rechtliche Lage und schwierig. Und wir haben ja auch abgeschoben, immerhin zwei Dutzend haben wir abgeschoben, mehr als zwei Dutzend, ja. Besitzungen sagen, naja, es sind aber über 300.000, die eigentlich ausreisepflichtig wären, also über 300.000, also 300 mal 1.000, ja, und nicht 300 und auch nicht 1.000, sondern 300 mal 1.000 mehr davon, ja, und nicht 28. Aber Freunde, das stimmt zwar, es ist doch aber nicht richtig, es ist nicht so einfach. Außerdem, sie können ja jederzeit wieder zurückkommen. Und wie sie das am besten machen, ja, dafür haben wir ja extra eine Homepage finanziert auf Steuerzahlerkosten, ja, und Rechtsanwälte auf Steuerzahlerkosten, die den Verbrechern aus Afghanistan, wo sie alle herkommen, erklären, wie sie am besten hier im Land bleiben können, ja. Wie sie Asyl bekommen und wie sie, wenn sie abgeschoben werden sollen, nicht abgeschoben werden. Freunde, das ist gelebte Dämonkratie, das gefällt uns, ja, 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 vielleicht nicht dem ein oder anderen Kind, was jetzt da Opfer wird, aber gut, wo gehobelt wird, Felspahn. Ja, wir drücken mal in Brandenburg der Alternative für Deutschland die Daumen, ey, wir drücken mal in Brandenburg mal wieder der Ampel die Daumen, hoffen, dass die SPD so richtig abräumt, ja, dass die mal die Quittung kriegt und die Grünen auch im Bund ist, Sarah Wagenknecht, da ist übrigens gerade ein Schreiben aufgetaucht, ist wahrscheinlich eine Fälschung aus dem Schreiben, geht hervor, mit AfD machen wir auf keinen Fall gemeinsame Sache, aber wir öffnen uns der CDU und da sagen jetzt böse Zungen, Moment mal, Sarah Wagenknecht hat die nicht gesagt, sie will Nord Stream 1 und 2 reparieren, sie will sich Russland nähern, sie will die Sanktionen beenden, sie will auf gar keinen Fall Waffenlieferungen, sie will Friedensverhandlungen, sie will diplomatische Wege gehen und jetzt geht sie mit der CDU, wo der Kiesewetter, ja, boah, der Gröf hat der CDU gesagt hat, wir müssen den Krieg auf den Boden Russlands bringen, ins Mutterland tragen, wir müssen Taurus-Raketen nach Kiew liefern. Und jetzt macht die Bündnis Sarah Wagenknecht mit der CDU gemeinsame Sache, war denn nicht auch die Sarah Wagenknecht, die die Corona-Mastnahmen hinterfragt hat, war es denn nicht die CDU, die da ordentliche Politiker hatte, die noch ordentlich mitverdient haben oder Familienmitglieder an den Mastendeals und an den Tests und an den Spritzungen, war es nicht die CDU, die die Ursula von der Leyen ins Europaparlament reingeschoben hat, obwohl sie gar nicht da reingewählt wurde von den Bürgern, war es nicht die CDU, die die von der Leyen jetzt mit wiedergewählt hat, wo die von der Leyen doch für 135 Milliarden Spritzstoffe bestellt hat, per SMS, wo jetzt ein Gerichtsprozess ansteht, war es nicht die CDU, die dafür war, Maskenpflicht, Testpflicht, einrichtungsbezogene Impfpflicht, Ausgangssperre, Lockdown, Shutdown, Kinder nicht in die Schule, Alter alleine verrotten lassen und jetzt geht die Sarah Wagenknecht mit der CDU zusammen? Ja Freunde, das stimmt zwar, es ist doch aber nicht richtig. Ein Gericht hat übrigens gerade entschieden, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht verfassungswidrig war, Bösezungen sagen, selbst der einfachste Demonstrant auf den Corona-Demonstrationen hätte es den Politikern erklären können, man hätte einfach mal im Grundgesetz nachlesen können, aber gut, okay, ja, weil der einfach, einfach, das sind alles Schwobler gewesen, diese Demonstranten, Reichsbürger, Rechtspopulisten, Aluhutträger, Querdenker, ja, öh, den Stempel haben sie drauf, auch wenn sie im Nachhinein ein Recht hatten, der Stempel ist drauf, so, und jetzt hat ein Gericht gesagt, ja, war verfassungswidrig, die einrichtungsbezogene Impfpflicht, jetzt muss sich das Bundesverfassungsgericht damit beschäftigen, aber da haben wir ja die richtigen Leute, ich sage nur, Stefan Harbert, bester Mann, ja, der gesagt hat, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten, ja, wir, also er und seine Familie und seine Spießgesellschaft. In diesem Sinne, Freunde, es geht voran im besten Deutschland aller Zeiten, bitte kommt auch auf Telegram, Telegram, Link hängt hier drunter, Telegram, Link hängt hier drunter, Telegram, wichtig, da mache ich jeden Tag Sondernachrichten, kann ich auf YouTube, der zensurfreisten Plattform der Welt, jetzt nicht so veröffentlichen, und übrigens, es gibt auch Bücher, Bücher zu dieser Sendung, es gibt Bücher, wirklich wahr, ihr könnt ja mal stöbern, ja, stöbern, ja, mal Probelesen machen, auf der Homepage, gibt es nur bei www.claudiusfabich.de, das ist hier dieser eine, ja, dieser eine hier. Unter anderem hat er ja dieses Buch hier gerade geschrieben, also gerade ist schon die zweite Auflage, Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, da geht es um deutsche Erfindung, Dichter, Denker, Schauspieler, Komponisten, egal, blättert mal nach, Link hängt hier drunter, und ich würde mal sagen, wir machen jetzt munter weiter, wenn euch die Sendung gefällt und der Kanal gefällt und ihr noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da, gebt einen Daumen und vor allen Dingen schreibt einen Kommentar, der Dünger dieses Kanals sind Kommentare und Daumen und Abonnenten. Und liebe Unterstützer, dank euch kann ich den Kampf gegen den Linksfabich, den Kampf gegen Rechts nur fortführen, ohne euch geht es nicht. Danke für die Mühe, Paypal und Konto hängt auch hier drunter, was hier alles dranhängt, ja, an meinem Kanal hängt viel dran. So, in diesem Sinne, wenn ihr in Brandenburg lebt, geht bitte wählen, wählt auf jeden Fall die AfD, wählt auf gar keinen Fall die AfD, wählt die Sarah-Wagen-Knecht-Partei, ja, wählt, also meine Empfehlung, dann wählt ihr automatisch CDU und Grün und SPD, ist alles in einem, ja. Aber neu angemalt, auch schön, oder? Neu angemalt. Ich habe noch eine Bonus-Nachricht. In Sachsen hat ja die AfD die Sperrminorität jetzt verpasst, weil wir mussten nochmal ein Software-Update machen, tut uns leid. Und jetzt ist einer, der eigentlich ein, ja, ein Parteiloser ist, der für die Freien Wähler, also für den Aiwanger da aus Bayern, ja, der auch für die Corona-Maßnahmen war, ja, ein guter Mann. Naja, Mann, der hat jetzt einen Sitz und der sagt jetzt, ich überlege euch nicht, zur AfD gehen. Wenn er das macht, dann hat die AfD wieder die Sperrminorität und die können dann in Sachsen, wie sie es in Thüringen jetzt auch schon können, ja, können sie dann zum Beispiel bei den nächsten Corona-Maßnahmen sagen, nö, gewinnt nicht, machen wir nicht mit. In Thüringen kriegen die übrigens jetzt diesen einen Präsidenten-Posten nicht, den Landtags-Präsidenten-Posten nicht, obwohl er ihnen zusteht. Also in Thüringen steht der AfD der Landtags-Präsidenten-Posten zu, weil sie ja die absolute Mehrheit haben, ja, also absolute Mehrheit nicht, aber die meisten stimmen ja, also knapp 33 Prozent steht ihnen also zu, aber die anderen haben schon gesagt, gib es nicht, klappt im Bundestag, klappt auch hier, wir wählen euch nicht. Das ist gelebte Dämon-Krati. Wenn ihr gerade krank seid, werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch. Ich brabbe das nicht so dahin, ich meine das ernst. Und wir schicken jetzt jedem, dem es nicht gut geht, gute Energie, werdet schnell wieder gesund. Denn wir halten hier zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Meine Truppe grüßen, meine Frau Martina grüßen, es sind wieder acht Minuten geworden. Und ich hab euch lieb und jetzt verlässt der Schattenmann das Video. Jetzt mach ich YouTube, auch ein schöner Kanal, hängt auch hier drunter, was ich alles mache, wa? Tschüss, Gems, hab euch lieb. Tschüss.